Hallo, hallo, guten Tag, Alan Krasovski der Pulsbear Shop. Heute wollte ich euch sagen, mit was kann man Geruch entfernen. Wir bekommen viele Anfragen, wie kann man Geruch entfernen, mit welchen Reinigungsmitteln. Stakil von Global Clean Chemicals, das ist der beste Entferner für Geruch. Geruch vom Urin, Erbrochen, vom Tier, vom Hunde, Katzen. Von Zigaretten und andere, andere Stärke Geruch, welche ist auf Coach, können Sie mit Stakil gerne entfernen. Stakil ist bei uns verfügbar zu kaufen, bei unserem Online Shop. Ja, ich lasse auch Links zu unserem Online Shop, dann können Sie gerne angucken, was das genau ist. Und wenn Sie noch Fragen, ich bin telefonisch und per Mail erreichbar. Danke, ciao, schönen Tag noch.